Yo Freunde, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video und Freunde, heute ist hoffentlich, ich weiß es noch nicht 100%, aber ich hoffe es, in der dreiviertel Stunde geht es los und ich hoffe, dass heute diese untere Zahnschwange hier, wie ihr sehen könnt, diese ganze Metallstruktur in meinem Gesicht, dass diese untere Zahnschwange heute hoffentlich abkommt. Obwohl momentan ganz andere Sachen in den meisten Köpfen von euch Menschen da draußen sind, gibt es jetzt gerade nichts Schöneres für mich, als gleich hoffentlich zum Kieferorthopäden zu gehen. Ich hoffe, dass er noch auf hat, weil momentan schließen ja alle Geschäfte. Deswegen Freunde, ich würde sagen, ich rede jetzt nicht viel weiter, ich freue mich, ich habe diese Zahnschwange jetzt seit, ich glaube, einem Jahr wieder mal, bei dem ich, kann schon ungefähr ein Jahr kommen, glaube ich hin, ich glaube schon, irgendwas in dem Bereich auf jeden Fall. Genau. Freunde, ich melde mich dann gleich wieder, wenn diese untere Zahnschwange ab ist, hoffentlich, ich gehe auf jeden Fall gleich los zum Zahnarzt. Bis gleich. Einfach genau, was ich mir seit zwei Wochen gedacht habe, ist jetzt passiert. Aufgrund des Coronavirus, ich kann es einfach so sagen, hat sich meine Kieferorthopäden dazu entschlossen, in dem Bereich, in dem Mundbereich hier, wo eben so viele Viren sind, nicht zu behandeln und die Zahnschwange drin zu lassen. Und weil der Coronavirus eben so lange quasi alles Sicht macht, bis mindestens bis zum 19.04. ist, glaube ich, jetzt die Planung, also mindestens nach einem Monat. Und der neue Termin jetzt festgelegt wurde auf 13. Mai. Sprich, zwei Monate noch habe ich die untere Zahnschwange drin. Hoffentlich, wenn nicht, Corona irgendwie noch weiter ausartet, als es jetzt schon passiert ist. Ich finde es echt krass, was für Auswirkungen es hat, dass selbst solche Termine jetzt nicht stattfinden können. Für mich persönlich war das jetzt ganz kurz ein bisschen doof, weil ich jetzt halt immer noch damit rumlaufen muss, obwohl ich es eben nicht mehr nötig habe. Ist halt leider so, kann man nicht ändern, ist prinzipiell auch nicht so tragisch. Es gibt Schlimmeres. Was aber gemacht wurde, Freunde, wie jetzt auch sehen wir, für alle, die Lust drauf hatten, es gibt ein kleines Kieferupdate, Zahnlückenupdate. Das seht ihr jetzt hier. Denn ich habe unten erstmal solche Bumper reinbekommen, damit meine oberen Zähne, dadurch, dass ich, ich zeige es euch mal ganz kurz. Wenn ich es noch zubeiße, dann beiße ich immer auf die Zahnschwange unten rauf. Und ich habe das Gefühl, dass die Zähne sich da extrem abnutzen, hat es ihr auch gesagt und gesehen. Deswegen habe ich solche Bumper hier unten bekommen, wie ihr hoffentlich sehen könnt, wo quasi meine oberen Zähne zuerst aufstoßen, bevor sie überhaupt auf das Metall der Spange kommen. Und oben habe ich wieder noch einen neuen Gummidraht, Gummidraht, wie soll ich es nennen, also den jetzt einfach so reinbekommen, um jetzt die letzten Zahnlücken zu schließen. Aber oben dauert es locker noch, aufgrund des momentan, locker noch 3-4 Monate mindestens und unten kommt in 2 Monaten ab. Also unten bin ich safe in 2 Monaten, hoffentlich, und oben in 3-4 Monaten hoffentlich auch. Ich freue mich schon darauf, ihr wisst gar nicht, wie lange ich mich schon darauf freue, dass die beiden Zahnspannen abkommen. Wie ihr sehen könnt, ist oben hier die eine Lücke, die ganz früher noch extrem groß war, ist jetzt hier fast schon vollständig geschlossen und die anderen Lücken schließen sich auch langsam. Also was Lücken angeht, bin ich echt safe so. Aber das jetzt, die Zahnspange, ich kam direkt rein, ich dachte, ich habe schon ein Bauchgefühl gehabt, da unten schon so ein Schildchen stand quasi mit, wenn sie Anzeichen auf Erkältungssymptome haben, bitte nicht eintreten. Und ich bin dann eingetreten und dann hat sie mir direkt gesagt, okay, als erstes Hande desinfizieren, habe ich gemacht. Und als zweites, wir können die Zahnspange nicht rausnehmen. Und ich dachte mir so, cool, sehr, sehr cool. Ich habe mich schon lange auf diesen Termin gefreut heute, aber ich habe ja eh damit rechnen können. Also Freunde, wir machen uns nichts Großes daraus, ich hoffe, euch geht es da draußen gut und ihr übersteht diese Zeit des Nichtstun gut und entspannt einfach mal ein bisschen so, was auch sonst. Okay, Freunde, haut da rein, Samuel Lift ist Out of Lifting, wir sehen uns dann im nächsten Video und hoffentlich in zwei Monaten ohne untere Zahnspange und hoffentlich in spätestens drei, vier Monaten, hoffentlich auch ohne obere Zahnspange. Haut da rein, Freunde, ciao, ciao.